165 und ein es ist eine 3er Kriegt ihr für schmales Geld bei Peißel. Hi Bürofreunde und Metal. Hier in meiner Hand seht ihr die Nico Feuertonne. Frisch aus Bürofarmers Garten. Äh ne, das war eine andere Feuertonne. Ja, die haben wir sogar schon mal live gesehen. Ja, die Feuertonne von Nico Feuerwerk mit freundlicher Unterstützung von Beißel Pyrotechnik zur Verfügung gestellt. Können wir das Ding jetzt für euch zünden. Und ich spreche nicht von mir im Chlorales Majestates. Nein, ich zünde das natürlich alles mit dem guten Freaky zusammen. Wir verbringen Silvester dieses Jahr. Und ja, was das Ding kann, werden wir gleich sehen. 165 Gramm NEM hat das Ding. Eine Dreierfontänen Batterie. Ja, mal sehen, was das da leistet. Kriegt ihr für schmales Geld bei Beißel Pyrotechnik im Shop. Schaut mal vorbei. Verlinkung ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Jo, viel Spaß mit diesem Ding und bis gleich. Peace. Das nächste lauter Kreckling. Geschrei hier. Ah, jetzt kommt die Feuertonne. Ja, ja. Super vorbereitet. Anzündung. Ja. So, wir haben die Feuertonne auch von Beißel Pyrotechnik zur Verfügung gestellt bekommen. Jo, feuerfrei. Los. Ho. Go. Jo. Go. 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 So, Ja, also eine gute Brenndauer, lautes Crackling, wer Rambazamba mag, der ist mit dem Teil gut bedient. Auf jeden Fall. Ja. Kann man nehmen. Vielen Dank an Beißel. Juhu. 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 Juhu.